Hallo liebe Kinder, ich melde mich von einer Stelle, von der ich schon einmal gesprochen habe, am Christkönigssonntag 2019, letztes Jahr. Und jetzt sind einige Monate vergangen, es ist der Monat Mai, der ist der Heiligen Maria, Mutter Gottes geweiht, der Himmelskönigin. Und ich wollte euch den Vergleich zeigen zum Herbst. Jetzt sind wir ja schon, heute ist der 7. Mai, Donnerstag, 7. Mai, wie wunderbar die Farben sind. Machen wir einen Rundgang in der Schöpfung und bestaunen wir die wunderbaren, verschiedenartigen Grüntöne. Ja, wir loben, wir preisen dich, wir danken dir, Vater im Himmel, für diese wunderbare Natur. Und als Dankeschön für die Mutter Gottes, für die Himmelskönigin singe ich noch ein lateinisches Lied. Da heißt es, ganz schön bist du Maria. Ganz schön bist du Maria und kein Makel der Schuld ist in dir zu finden. Das ist die Bedeutung dieses Liedes. Auf Wiederschauen, liebe Kinder. Gottes Segen.